ja hallo und ein herzliches willkommen zurück zu let's play supermarkets simulator ja als ich das spiel gestartet habe ja es ist wieder passiert das interne radio also das radio was ich hier installiert habe habe mal wieder angefangen zu spielen gott sei denn habe ich das noch gemerkt natürlich gerade in dem moment wo ich die aufnahme gestartet habe habe ich es gott sei denn noch gemerkt so das muss hier rein nein dann gehst du nach der oben hin erst mal ja was ich sagen will ist halt als ich aufnahme anfing hatte auch das radio angefangen zu starten und ich wollte will kein disclaimer erhalten deswegen schalte ich immer das ding sofort aus es dauert ein bisschen bis das reagiert aber aber noch aber gott sei denn mache ich das bevor ich die aufnahme erneut starte wie gesagt also wenn ihr eigene musik einbauen wollt könnt ihr es machen aber bedenkt allein wegen der gema kann es zu konsequenzen kommen und ich und mit youtube mein youtube ist knall hart denn youtube kann schnell ein video streiten bevor ihr bis 13 könnt ok ok hm nebenbei habe ich jetzt gerade neues projekt gestartet und zwar wie ist das jetzt nochmal planet crafter aktuell erstmal nur die demo aber da sind auch schon so gut über 80 prozent nicht 80 prozent sondern 20 prozent des eigentlichen spielinhalts vorhanden an so mit moment ein das können wir mal hier auf die ablegen und das können wir mal hier auf die ablegen Ich packe es erstmal hier mit drauf. So, dann ist das schon mal auch aus dem Weg. Ja. Wie gesagt, also... Planet Crafter wird nicht regelmäßig kommen. Genauso wenig wie Pokémon Blattgrün, weil... Ich muss immer erstmal grinden, grinden, grinden. Okay. Dasselbe ist auch hier bei diesem Spiel. Hier heißt es auch erstmal grinden, grinden, grinden. Ich könnte Offscreen weiterspielen. Okay. So. Hier ist Gott sei Dank nichts draußen, außer der Stapel und das. Ja, und ich habe es immer noch nicht geschafft, das zu ändern. Hm. Hier muss ich Gott sei Dank nichts nachkaufen. Nee, da muss ich auch nicht... Aber hier. Drei, zwei, eins. Obligatorischer Leck. Wo ist er? So. 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 so hier gucken ich glaube ich das hätte ich schon bestellt aber egal haben wir hier lang aber zu dem pc und kaufen wenn was draußen ist dann weiß ich bescheid muss doch dass ich da irgendwas zu viel bestellt hatte ok einmal hier einmal da die kunden sollen sich ja nicht beschweren dass keine ware da ist wenn ich wenig rede liegt es nicht daran dass ich keine lust habe zu reden sondern ich konzentriere mich gerade ich gucke jetzt noch mal hier nach in diesem gang also die folge wird noch also ich kann euch schon mal sagen die folge planet crafter wird noch vor dieser folge erscheinen morgen schnell noch kaufen zack das müssen jetzt draußen hier gelandet sein also eine der beiden verpackungen so das haben wir auch schon mal erledigt weiter die lassen mir ja nur nicht mal eine chance das nachzufüllen hat aber hier kann ich punkten ich hatte hier das buch hier gerade in der hand welches haben wir hier toll können ja auch nicht nachfüllen diese mitarbeiter aber ihr seht bis jetzt klappt alles bin jetzt schon stufe 82 also 72 ich gucke jetzt mal nein das war der verkehrte punkt verwaltung rechnung ja miete supermarkt ja da machen wir mal einen auftrag heinz mayonaise älter und klottet cream älter und klottet cream das war das eins Das ist Mayonnaise. Wo hat sich das schöne Ding versteckt? Bin ich jetzt nur blind? Ach hier. Etron Clotted Cream. Das müsste doch das hier sein, oder? Jo. So, haben wir das verkauft und ein bisschen was in den Müll geschmissen. So. Das wird nur eine kurze Folge heute wieder. Wir warten noch diese Kundin ab. Oh, die kauft aber gut ein. Jogi Löw. Ich darf doch mal gucken. Ui, ja, 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 ja. 157,50. Oh. So. Frau Christ, Sie sind eine gute Frau. Ja. So. Einmal den Tag wenden. Da haben Sie wieder, fanden die Produkte zu teuer. Aber das spielt kein Walzer. Aber das spielt kein Walzer. Gekauft wird trotzdem. Ja. Und wie es dann weiter geht, erfahrt ihr erst in der nächsten Folge von Supermarket Simulator. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Corganto beim Supermarkt Simulator. Also, tschaui. 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 Tschaui.